Im Dialog ist der Philosoph und frühere Kulturstaatsminister Prof. Julian Niederrümelin. Schön, dass Sie da sind. Grüß Sie. Herr Niederrümelin, Sie haben gerade ein Buch vorgelegt vor wenigen Wochen, das auch sehr gut läuft, wie man nachlesen kann und nachsehen. Da beschäftigen Sie sich mit dem Thema Migration. Ist das der Philosoph Niederrümelin, der das geschrieben hat oder ist es der frühere Politiker, der zur Feder gegriffen hat? Also man könnte fast sagen, weder noch. Es ist eigentlich in der Rolle des Public Intellectual, wie das manchmal genannt wird, also einer Person, die sich intensiver mit bestimmten Themen beschäftigt und versucht, Orientierung zu geben. Ich glaube, der Migrationsdiskurs ist ziemlich entgleist, vor allem nach September 2015 für viele Monate. Und ich habe versucht, da Argumente vorzustellen, damit das klarer wird, verständlicher, nachvollziehbarer und dass man sich auch wechselseitig besser verständigen kann. Für viele überraschend plädieren Sie gegen offene Grenzen und quasi für eben die Begrenzung von Gebieten, von Staatsgebieten. Hat Sie das wiederum überrascht, dass das auf so ein Echo stößt? Naja, es ist nicht zum ersten Mal, dass meine Positionierungen quer zu den Fronten liegen. Das hängt ein bisschen damit zusammen... Das hatten Sie aber schon einkalkuliert oder was hat damit gerechnet? Damit hatte ich gerechnet, eher damit gerechnet, dass es dann instrumentalisiert wird. Beifall von der falschen Seite gibt es ja auch, das ist bislang kaum eingetreten. Sondern es geht mir einfach darum, dass man Urteilskraft entwickelt und sich überlegt, was sind eigentlich die Fakten und wie können wir hier eine kohärente Praxis entwickeln. Und wenn das dann im Gegensatz steht zu der einen oder anderen in der politischen Arena vertretenen Position, dann muss man das in Kauf nehmen. Man muss die Argumente ernst nehmen und das versuche ich. Nun ist es ja häufig ein Krieg, Bürgerkrieg, der Menschen dazu bewegt, ihr Land zu verlassen. Kann man es rechtfertigen, ethisch, aber auch politisch, dann eine Grenze zu ziehen und Grenzen zuzumachen, wenn solche Menschen Hilfe brauchen? Oder sind es nicht die Bürgerkriegsflüchtlinge und Kriegsflüchtlinge, die Sie mit geschlossenen Grenzen konfrontieren? Ich unterscheide ja sehr sorgfältig zwischen unterschiedlichen Formen der Migration. Da gibt es fließende Übergänge. Wir haben mit dem Artikel 16 Grundgesetz das Grundrecht auf Asyl. Das ist ein individuelles Recht, das Menschen haben. Auch da kann man juristisch noch darüber streiten, könnte es da eine Obergrenze geben, wenn der Staat überfordert ist. Solche Debatten hat es gegeben, aber im Prinzip ist das ein Individualrecht ohne irgendwelche Beschränkungen. Das ist auch Folge von zwölf Jahren NS-Erfahrung. Wir haben andererseits die Genfer Flüchtlingskonvention, wir sind Teil dieser Konvention, das heißt wir haben Verpflichtungen übernommen und wir haben entsprechend Menschenschutz zu gewähren, die vor Krieg und Bürgerkrieg fliehen. Und dann haben wir das wirklich große Problem, Syrien ist hoffentlich irgendwann der Krieg vorbei. Wir haben das wirklich große Problem der Weltarmut, der Weltelend, der Korruption in vielen Ländern der Welt, der Perspektivlosigkeit vieler Menschen und ein Migrationsdruck, um das mal so zu formulieren, der möglicherweise noch massiv zunehmen wird. Gerade deswegen, weil mehr Geld in diesen Regionen ist als noch vor 20 oder 30 Jahren. Sub-Saharisches Afrika, das ist ein Nachbarkontinent und da ist die Vorstellung ziemlich naiv zu glauben, man könnte diesem Kontinent und seinen Menschen helfen, indem wir hier die Grenzen öffnen. Bleiben wir nochmal einen Augenblick beim Asylrecht. Sie haben es nochmal betont, es gibt ein Grundrecht in Deutschland auf Asyl. Das wird dann geprüft und wenn die Voraussetzungen gegeben sind, dann wird es gewährt und muss gewährt werden. Aber passt denn dieses Asylrecht noch in unsere Zeit? Kann man so unterscheiden, dass man sagt, da sind Menschen, die fliehen vor Tod und Vertreibung und also bangen um ihr Leben. Und es gibt Menschen, die vielleicht auch aus ökologischen Gründen oder vor Hunger fliegen, also ebenfalls mit dem Tode bedroht sind, wenn auch nicht durch den Tod mit der Waffe. Müsste das Asylrecht das nicht in irgendeiner Form auch berücksichtigen? Also in der Praxis ist das berücksichtigt. Wir können Menschen zum Beispiel nicht zurückschicken in die Länder oder gar zwingend zurückzugehen in die Länder, wenn ihnen dort der Tod droht. Ob das Tod durch Verhungern oder Todesstrafe im Gefängnis als Dissident ist, ist dann hier zweitrangig. Das heißt, die faktische Praxis ist so, dass Menschen, die nun wirklich in ihrem Leben gefährdet sind, hier nicht abgewiesen werden können. Aber sie haben schon recht, das Asylrecht konzentriert auf politische Verfolgung. Das ist allerdings sehr weit gefasst unterdessen. Und die allerwenigsten, die einen Antrag stellen, aus den meisten Regionen der Welt, haben eine Chance, diesen individuellen Asylansprach dann zu bekommen. Wir haben ja eben davon gesprochen, das Thema Migration ist eins, das uns auch in Zukunft noch sehr beschäftigen wird. Möglicherweise mit Migrationsdruck aus ganz anderen Gegenden als im Augenblick. Also nicht mehr aus dem Nahen Osten, sondern Sie sprechen Afrika an, das Gebiet südlich von der Sahara. Aber was bedeutet es denn dann, wenn wir sagen, wir haben eine Grenze und wir lassen diese Menschen, weil wir da kein Asylrecht erkennen können, auch nicht rein? Lässt sich das überhaupt aufrechterhalten? Also dann zu sagen, wir begrenzen unser Staatsgebiet und schützen uns damit vor diesem entstandenen Druck? Also ich glaube, auch in Ihrer Frage schwingt da eine Fehleinschätzung mit, die weit verbreitet ist und gegen die ich mich in diesem Buch wende. Wir haben ungefähr eine Milliarde Menschen, die unter allerextremster Not leiden. Über 700 Millionen sind chronisch unterernährt. Über 600 Millionen haben keinen Zugang zu Trinkwasser. Sehr viele davon im subsaharischen Afrika. Die Vorstellung, dass man diesen Menschen helfen kann, indem wir die Grenzen öffnen, ist geradezu absurd. Einmal deswegen, weil das viel zu viele sind in den Reichtumsregionen der Welt, leben vielleicht, wenn man es ganz großzügig rechnet, 800 Millionen in Nordamerika und Europa. Das heißt eine Verdoppelung oder Verdreifachung der Bevölkerung. Und zum anderen, weil die auch gar nicht die Mittel aufbringen. Das kostet nämlich 7.000, 9.000, 10.000 US-Dollar, um von Ägypten nach Lampedusa zu kommen oder von Ghana nach Sizilien. Das heißt quantitativ und auch von der Art der Menschen, die kommen, das sind Menschen, die für uns zu den Ärmsten gehören, die aber dort in den Herkunftsregionen nicht zu den Ärmsten gehören, sonst hätten sie nämlich diese Mittel nicht. Und vor allem gibt es viel vernünftigere Wege. 0,5 Prozent des Weltsozialproduktes reicht aus, nach Schätzungen der Weltbank, um die Menschen über 2 US-Dollar Kaufkraft zu bringen. Das muss man aber wissen, dass mehr als eine Milliarde Menschen von weniger als ein Viertel US-Dollar Kaufkraft am Tag leben muss, unvorstellbar arm sind. Das heißt um Himmels Willen, unsere Solidaritätsressourcen, die wir haben, sollten wir darauf lenken, auf die wirklich Bedürftigen. Und das heißt eine kooperative, nachhaltige, soziale Weltpolitik betreiben und entsprechende auch Welthandelsbeziehungen etablieren. Diese Forderungen gibt es ja schon lange, auch im politischen Raum. Also als älterer Mensch erinnert man sich, dass auch Willy Brandt mal gefordert hat, da deutlich mehr zu tun. Tatsache ist, es ist nicht mehr passiert. Das, was Sie gerade beschreiben, wäre möglich, ist aber nicht möglich gemacht worden, bis auf den heutigen Tag, was den Druck dort vor Ort natürlich erhöht. Welche Durchsetzungsstrategien müsste und könnte es denn geben, das zu erreichen? Wir waren schon mal auf einem ziemlich guten Weg. Die Älteren erinnern sich vielleicht noch an sogenannte UNCTAD-Konferenzen, United Nations Conferences on Trade and Development. Die sind dann gestorben, nicht fortgesetzt worden, vor allem nach der Wahl von Setscher in England und Reagan in USA. Wir haben dann den Modus der Welthandelsverträge, bilaterale Welthandelsverträge begonnen. Das war nicht der wirklich erfolgversprechende Weg. Die wirklichen Armutsregionen waren dann überhaupt nicht im Fokus. Mangelskaufkraft gewissermaßen uninteressant. Und interessanterweise, jetzt gibt es eine neue Aufmerksamkeit auf diese Region. Unsere Bundeskanzlerin hat eine umfangreiche Afrika-Reise unternommen. Es gibt, bei G20 spielt das eine ganz zentrale Rolle. Das heißt, ich glaube, dass dieser Problemdruck, der jetzt da entstanden ist, die Angst auch vor einer Entwicklung, die dann nicht mehr steuerbar ist, dass die eine Bereitschaft wecken wird, in der politischen Öffentlichkeit und auch bei den Regierenden, da etwas zu tun und vernünftige Beziehungen zu diesen Regionen zu entwickeln. Das heißt, da gehen Ethik und Pragmatismus Hand in Hand. So ist es. Kommen wir nochmal zurück zu den Grenzen. Sie haben gesagt, es sind nicht unbedingt die Allerärmsten, die es überhaupt schaffen bis zu unserer Grenze, sondern es sind eigentlich sozusagen innerhalb Ihrer Region eher die Bessergestellten, die Aktiveren, die Kräftigeren, die fast, möchte man sagen, Privilegierten, wenn das nicht dem Zusammenhang zynisch klingen würde. Aber wie sieht denn dann so ein Grenzregime aus? Also was macht man, wenn dann eben nicht einer vor der Grenze steht und nicht zehn, sondern wenn man, was wir ja erlebt haben im September 2015 und in den Wochen danach, wenn auf einmal über die Autobahnen große Mengen von Menschen kommen. Also wie lässt sich dann überhaupt ein Grenzregime regulieren? Nein, also das ist nicht mein Thema. Ich bin kein Innenpolitiker oder Sicherheitspolitiker. Aber immerhin, ich habe ausdrücklich deutlich gemacht, dass diese Form, in der zum Beispiel Ungarn mit Flüchtlingen umgegangen ist, auf keinen Fall in Frage kommt, dass hier eine Inhumanität um sich gegriffen hat, auch um den Beifall in der Bevölkerung offenbar auf sich zu bringen, inakzeptabel ist. Das passt auch nicht zu Europa, die mangelnde Solidarität in Europa. Aber auf der anderen Seite, die Öffnung oder Nichtschließung, muss man ja streng genommen sagen, weil das war ja der Schengen-Raum im September 2015, hatte sehr vernünftige Motive, in der Not zu helfen. Aber was dann an politischer Rhetorik folgte, war hochproblematisch. Auch bei Anne Will erinnere ich mich, die Bundeskanzlerin, die sagte, im 21. Jahrhundert lassen sich Grenzen, staatliche Grenzen grundsätzlich nicht mehr sichern. Ja, da hat die Bevölkerung das Gefühl, vollständiger Kontrollverlust. Und im Übrigen war das ja auch nicht ganz ehrlich, weil zur gleichen Zeit gefordert wurde, die europäischen, die EU-Außengrenzen müssen jetzt aber gesichert werden. Also entweder oder, beides kann man nicht vertreten. Und dieses Offenhalten und sagen, wir haben keinen Plan, keine Idee, wir sind überfordert, war hochgefährlich, hat auch zum Erfolg des Brexit-Referendums für die, die für den Austritt waren, beigetragen. Gefühl des Kontrollverlustes. Das heißt, Sie sehen schon einen Zusammenhang auch zwischen der deutschen Flüchtlingspolitik in den Monaten September, Oktober, November 2015 und dem, was dann als Reaktion in Großbritannien erfolgte. Oder Sie sehen eine Reaktion nach. Es gibt einen solchen Zusammenhang ganz zweifellos, das kann gar niemand bezweifeln. Und es ist so, Deutschland hat sich in den Jahren zuvor nicht gerade mit Ruhm bekleckert, um es mal zurückhaltend zu sagen. Wir haben zum Beispiel Italien die kalte Schulter gezeigt, als die Hilfe suchend angesichts der strandenden und oft ertrinkenden Flüchtlinge aus Afrika eine europäische Lösung wollten. Da hat vorneweg Deutschland gesagt, das ist das Problem Italiens, das ist nicht unseres. Siehe Dublin-Abkommen, das ist die Vorgeschichte. Und Deutschland hat sich auch nur in sehr geringem Maße an der Finanzierung der Flüchtlingslager im Umfeld des syrischen Bürgerkrieges befasst. Das ist hochgefährlich, das war mit ein Impuls, der das Ganze erst ausgelöst hat. Das war Monate vorher schon absehbar. Das weiß auch, glaube ich, jetzt Frau Merkel, das wissen viele andere, das ist nicht kohärent. Man kann nicht dann als Land eine Entscheidung treffen und sagen, jetzt braucht man eine europäische Lösung, nachdem die Entscheidung schon mal vom Land selber getroffen war. Sie können auch den Ärger so ein bisschen verstehen, der in anderen europäischen Nationen über Deutschland da herstellt, wo man sich moralisch auf ein hohes Rost gesetzt hat, aber eigentlich diese Situation mit herbeigeführt hat. Zumal wir ja in anderen europäischen Fragen, Stichwort Griechenland, nun auch nicht zu einer überschäumenden Solidarität geneigt haben in Deutschland. Also das ist in sich nicht stimmig und ich hoffe, Europa bekommt da wieder auf einen vernünftigen Kurs. Das ist nicht ausgeschlossen. Man verlagert ja dann das Problem eines Grenzregimes dann an die Außengrenzen von Schengen. So ist das ja auch passiert lange. Deutschland hat sich irgendwie aufgrund der geografischen Lage irgendwie relativ sicher und wohl gefühlt, hat die anderen machen lassen, sie nicht unterstützt, wie Sie sagen, nicht in dem Maß, in dem es erforderlich gewesen wäre. Aber auch da muss man mit rechnen, dass dann eben in großer Zahl Menschen anlanden. Wie hält man, Sie sagen, Sie sind kein praktischer Politiker, aber man muss das ja mal durchdenken, wie hält man Menschen dann fern? Also was kann man tun? Also ich will schon mal generell sagen, die Details ist, glaube ich, jetzt, da bin ich auch der falsche Ansprechpartner, es geht nicht um Zäune, um Mauern, um Grenzsicherungsanlagen, sondern es geht um funktionierende Staatlichkeit. Die Menschen, die hierher kommen, wollen doch in der Regel arbeiten. Sie wollen auch nicht, wie oft von rechts behauptet wird, Hartz IV bekommen oder andere staatliche Mittel. Das wäre viel zu wenig. Sie haben viel investiert, Sie wollen Ihren Familien auch was bringen, das ist auch ein Problem in Afrika, wenn Sie nichts bringen können, trauen Sie sich zum Teil in Ihre Familien nicht zurück und bleiben in den großen Städten. Die Erwartungen sind, wir können arbeiten. Diese Erwartungen sind zum großen Teil illusorisch. Ein Arbeitsmarkt wie der italienische mit 40 Prozent Jugendarbeitslosigkeit im Süden, der ist nicht sehr aufnahmefähig. Und der deutsche Arbeitsmarkt ist auch für nicht Qualifizierte oder anders Qualifizierte auch nicht sehr aufnahmefähig. Das ist dann sozusagen das Arbeitsangebot, das man machen kann als Flüchtling, oft nicht zu den Anforderungen des Aufnahmelandes. Das hat man ja sogar bei den syrischen Flüchtlingen, wo die Erwartung war, das ist das Land, das arabische Land mit der höchsten Qualifikationsniveau, hat sich dann ein bisschen anders herausgestellt. Trotzdem, die Menschen kommen, um hier zu arbeiten, weder um auf der faulen Haut zu liegen, noch um Drogen zu handeln. Mag es auch geben, aber das ist eine winzige Minderheit. Kann man arbeiten ohne Aufenthaltsgenehmigung, ohne Adresse, wo man lebt? Nein, kann man nicht. In einem funktionierenden Staat, auch mit funktionierender Sozialstaatlichkeit, muss man gemeldet sein, muss eine Aufenthaltsgenehmigung haben, muss einen Vertrag schließen mit dem Arbeitgeber, damit man arbeiten kann. Und das alleine ist eigentlich ausreichend. Das heißt, das Chaos, was in den USA besteht, mit zwischen 10 und 20 Millionen Sans-Papiers, französisch immer wird es formuliert, in der Amerika ein bisschen vornehmen.